Ein schönen guten Tag, mein Name ist Anja Kahnert. Ich bin verantwortlich für alle Fragen rund um das Lux Profile, dem neuen Instrument der Persönlichkeitsanalyse. In meinen Telefonaten im Customer Service mit den Lux Profile Mastern taucht häufig die Frage nach dem Testgenerator auf. Wie sagt man so schön, ein Bild ist mehr als 1000 Worte und ein Musterprofil kann das ideale Bild sein, um Ihre Message an Ihren Kunden zu transportieren. Über den Testgenerator können Sie ganz einfach so ein Showcase-Profil erstellen und damit die passende Story für Ihren Kunden. Ihre Aussagen und Ihre Botschaften genau auf Ihr Zielpublikum anpassen. Zum Beispiel, Sie möchten einen Kunden vom Einsatz des Lux Profile im Bereich Teamentwicklung oder Recruiting überzeugen. Erstellen Sie über den Testgenerator ganz einfach zwei unterschiedliche Profile und diskutieren Sie diese Profile im Kundengespräch. Das ist erstens visuell, zweitens ganz konkret und drittens individuell auf die Kundenerfordernisse anpassbar. Sehr überzeugend, wie ich finde. Den Testgenerator finden Sie in der Toolbox, die derzeit allen Lux Profile Mastern kostenfrei zur Verfügung steht. Dazu loggen Sie sich im Master-Account ein, gehen auf die Toolbox und klicken auf Test generieren. Hier geben Sie alle Werte Ihres Wunschprofils ein und erzeugen mit einem Mausklick das komplette Auswertungsdokument inklusive Auswertungsgrafik. Das und vieles mehr beantworteten wir im Lux Profile Customer Service. Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Vielen Dank.